Aussi, nett aussi. Aussi, nett aussi. Aussi, nett aussi. Aussi, aussi, aussi. Selbstverständlich aussi. Ja, sicherlich aussi, sowas von aussi. Ja, aussi. Ja, damals hat man das schon so gemacht. Da hat man sich ein Bläumau genommen, hat die Blütenbladchen ausgezupft und hat gesagt, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Na ja, ein Bläumau habe ich jetzt nicht getan. Und die Probleme, die jetzt draußen sind schon gewachsen, die wollte ich nachher auch nicht ausreißen. Sie hat aber gedacht, mache ich es mit meinen Tippen von der Juppe. Und das Ergebnis habt ihr ja live gesehen, nicht? Aussi, ja, aussi, nett drinbleiben. Aussi. Selbstverständlich aussi. Warum aussi, ganz klar. Das Lehm spät sich draus, da. Nicht da herrin. Nein, da ist ja kein Lehm. Da ist ja nichts. Ist ja keiner da. Sitzt ja keiner da, außer mir. Das Lehm spät sich draus, da. Draus vor der Tierspät sich das Lehmau. Nicht da herrin. Und ja, vorher habe ich geschaut. Ich schaue im Endeffekt eh kein Fernsehen mehr. Die GIZ, die zähl ich mir eh total umsonst. Weil das, was man da mitkriegt, das ist ein Blödsinn. Okay, weiter, das ist doch ein Blödsinn. Und dann habe ich mir ein wenig so ein Blöberer da geschaut. Von irgendeiner anderen Zesseln. Und dann habe ich noch etwas gesehen von Herrn Söder. Herr Söder. Also Leute, der Herr Söder, das ist ja kein Bayer, nicht? Naja, kann ich nicht bayerisch. Das ist ja Preis, nicht? Solltet keinen Blödsinn beleidigen, aber das ist einfach ein... Das ist ja nicht mehr Preis, das ist ja Hundskrippi. Ein Hundskrippi. Ein leibhaftiger Hundskrippi. Da steht er da und erzählt uns, warum er die Leute da heim einspürt, warum er draus das Leben verhindern möchte, Gesellschaft verhindern möchte, das Miteinander verhindern möchte. Und er lacht dabei. Er hat dabei gelacht. Verzählt, wie schlimm, dass der Virus ist, wie viele Leute da sterben, wie viel da ist da verrückend, wie viel im Endeffekt sich jeden Tag mit dem Krampf da infiziert. Und er lacht dabei. Also Leute, ich will Ihnen verzeih, dass jemand verrückt. Ich lach dabei nicht. Und ich glaub, ich's auch nicht. Aber der, der, mit seinem CSU-Papperl, mit seinem schwarzen Anzug, der lacht dabei.